Ja, willkommen zur Vorweihnachtszeit, die ja diesmal etwas anders abläuft, als wir es gewohnt sind, aber trotzdem natürlich mit Lebkuchen und auch einer zünftigen Feuerzeilenmode. Nachgeben nicht vergessen. Von mir noch ein kleiner musikalischer Beitrag im James Last Sound, dazu passend ein sehr schönes Weihnachtslied, was er auch selber geschrieben hat und deswegen viel Spaß mit Midnight in December. Und nochmal danke an Heidrich für die kleine Erleuchtung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020